Hallo und willkommen zum neuen Ruhrgebiet Witz. Heute habe ich euch mal eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Das ist die Geschichte vom Autokauf des Walter Wachtel. Und die geht so. Es kommt der Tag, wo Walter hat, wie viele Leute das Laufen satt. Und Maris Suppe, leicht verwässert, hat seine Laune nicht verbessert. Er schreit sie an, vor Wut schon blau, bevor ich diesen Jabbel kau, es ist schon lieber Kabeljau. Ich brauche was Quilz aus ihm hervor zum Fortbewegen mit Motor. So ein Ding mit Fenstern, Türen und Scheiben. Man kann beim Fahren sitzen bleiben. Bleibt trocken auch an nassen Tagen. Marie wirft ein, du meinst einen Wagen. Von diesem Geistesblitz geblendet, sich Walter dann vom Tisch abwendet. Er will sich aus der Ecke zwängen, bleibt prompt auch an der Decke hängen und wirft das ganze Mittagessen, als wollte er sich im Weitwurf messen, in einem Mal auf das Parkett. Das findet Marie gar nicht nett und schreit ihn an, natürlich Wachtel. Er sagt, halt's Maul, du dumme Schachtel, und eilt, weil es ihn zum Handeln drängt, in den Hausflur, wo sein Mantel hängt. Wenn er in den Fahrstuhl steigt, sagt Walter sich, wenn es sein muss, gehe ich das gute Stück zu Fuß. Trimm dich, gehört zum guten Ton. Ach, zehnter Stock, was macht er schon? Nach dem Marsch durch die Geschosse bleibt an der Treppe letzter Sprosse sein rechter Absatz plötzlich hängen. Er will sich retten, wächst um Längen, doch knallt er, kann es nicht verhindern, auf seinen kleinen Wachtel hintern. Dass dies den Missmut nur noch stärkt, man später dann mehr Popel merkt, denn aus diesem Autohaus fliegt er nach dummen Sprüchen raus. Das zweite Haus macht auch nicht mit, er will keinen Teilzahlungskredit und lieber mit einem Otter raufen, als da so ein Ding auf Stotter kaufen. Beim dritten treibt er es auf die Spitze, Bestellungen für die Liegesitze und kommt am Abend dann zum Schluss, ich gehe doch lieber zu Fuß. Mariechen öffnet ihm die Tür und fragt gespannt, ich warte auf dir, was ist denn los? Hast du den Wagen? Nein, wie viel besser, darfst du mich tragen? Danke fürs Zuhören, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.